Verehrte Interessenten, wir laden Sie ein zu einer kleinen Videobesichtigung einer sehr attraktiven Gewerbeeinheit in Kelkheim-Fischbach, im bekannten Kleberhaus. Ein kurzer Blick in die WCs, hier geht es in das Foyer. Im Moment ist es eine Art Sportstudio mit gesundheitlichem Aspekt, vielseitig allerdings verwendbar, mit sehr hochwertiger Ausstattung. Nasszelle, zweite Nasszelle, wir haben ein kleines Büro, die Espresso-Maschine, die Sie im Hintergrund hören, gehört nicht dazu. Sehr attraktive, offene Fläche. Nochmal ein sehr helles Büro. Ebenfalls auch als Praxis sehr gut geeignet, da sich das Objekt im ersten Stock befindet. Empfang mit Theke. Und hier geht es wieder raus. Dann sehen wir uns. youtubers- Hallo. 임anda- heuteالzelle diphtyart. jetzt.